Ein Kürbis wird zum Diamanten. Der Tempel des Diamantengottes in Lampang hieß früher, bevor das Buddha-Bild aus Diamanten seinen Einzug hielt, Tempel der Kürbisknolle. Im kühlen Schatten riesiger Bäume stand der Tempel und seine erquickende Stille lud ein zur Meditation über das Gesetz und die Tugend. Als der Diamantene Buddha sich offenbarte, stand dem Tempel ein Abt vor, dessen Name längst vergessen ist. Zu dieser Zeit besaß der Tempel eine vornehme Gönnerin namens Suchadar, die Wohlgeborene. Ihr Haus stand in der Nähe des Tempels. Suchadar war eine Frau mit tugendhaftem Herzen. Gemüse und andere Samenpflanzen, nebst prachtvollen Blumen baute sie in ihrem Garten an. Das Gemüse war für die Mönche bestimmt, für deren Wohl Suchadar immer da sorgte. Die Blumen brachte sie zum Altar des Erleuchteten, dem sie als Liebesopfer zugedacht waren. Eines Tages sah die Frau in ihrem Garten einen Kürbis, der weit größer und schwerer war als Kürbisse sonst. Sie zögerte nicht, sondern pflückte ihn ab, um ihm dem Abt des Tempels als besondere Gabe zu bringen. Der Abt nahm die frisch geerdete Frucht gnädig an. Als er sie aber am nächsten Tage zerteilen wollte, drang das Messer nicht in das Kürbisfleisch ein. Er mochte das Messer halten, wie er wollte. Der Kürbis ließ sich nicht spalten. Der Abt überlegte. Dann hob er den Kürbis hoch. Er betrachtete und untersuchte ihn genau. Da erkannte er, dass der Kürbis sich vollständig zu Kristall verwandelt hatte, und zwar zu einem Kristall, nicht von gewöhnlicher Art. Es war reinster und edelster Diamant, was er in den Händen hielt. Natürlich konnte der Diamant zu nichts anderem tauben, als zu einem herrlichen Butterbild, das der Abt daraus schnitzen wollte. Schnell ließ er zu Shushala kommen, aus deren Garten die Wunderfrucht stammte, und erzählte ihr von der Verwandlung ihres Kürbisses. Sie freute sich mit dem Abt über den herrlichen Diamanten. Nun holte der Abt Geräte herbei, wie man sie zum Schnitzen von Standbildern benötigt. Aber auch nicht eines der Messer drang in den Diamanten ein. So hart war er. Schließlich gab der Abt seinen Beginn auf. Müde legte er sein Werkzeug beiseite, schlug die Beine untereinander und verfiel in das Sinnen der Meditation. Während er so da saß, näherte sich dem Tempel ein alter Mann in weißen Gewändern. Er stützte sich auf einen Stock als sein Blick auf den Diamanten fiel. Der Alte hatte mit Blitzes Schnelle aus dem Diamantenblock ein Butterbild erschaffen, das schön und edel erstrahlte. Der Abt konnte seinen Blick nicht von dem Kunstwerk wenden. Schließlich dachte er an seinen Gast, doch der Alte war verschwunden. Ein Zauberer muss es gewesen sein oder ein Gott, der sie verwandelt hat und herabgekommen ist, um ein Wunder zu verbringen. Aus Freude über das Butterbild änderte der Abt und zu Schadar den Namen des Tempels. Von nun an sollte der Tempel des Diamantinnen Gottes heißen. Die Nachricht von dem Diamant-Buddha verbreitete sich schnell über das ganze Land. Wer es hörte, wunderte sich. Die einen gingen den guten Weg und die anderen den schlimmen. Wer auf dem guten Weg war, glaubte an das Wunder und sagte, die Verdienste des Abts müssten unermesslich groß sein. Wer den Weg des Bösen erwählt hatte, glaubte es nicht und sagte, der Abt habe zu Schadar in Unzucht bei ihr gewohnt. Die Frucht ihrer Sünde sei der Kristallkürbis gewesen, der das Kind der bösen Lust umschlossen. Die Nachricht kam auf dem schlimmen Weg auch dem König der Stadt Lampang zu Ohren, der ein äußerst leichtgläubiger Mensch war. Wenn er etwas hörte, was ihm nicht gefiel, so gleich flammte sein Zorn auf. Zushadar sei eine Hexe, rief er aus, eine Unglücksbringerin für das Land. Am Leben lassen dürfe man sie nicht. Daher schickte er die Hescha raus, um Zushadar zu ergreifen. Als sie ihm vorgeführt wurde, übergab er sie sogleich den Schafrichtern, die sie zu Tode bringen sollten. Zushadar war in ihrem Hause überrascht worden. Da wurden ihr die Hände gefesselt. Tiefe Trauer um den Tempel und den Diamanten in Buddha fielen sie, als sie aus dem Hause gezehrt wurde. Sie erhob die gebundenen Hände, wendete sich zu ihrem Tempel und sprach die Formeln der Abschiedseherung. Später erhob sich an dieser Stelle ein Tempel zum Gedenken an Zushadar. Die Schafrichter brachten ihre Opfer zum Ufer des Wangflusses, wo sie den Mordbefehl ausführen sollten. Die Frau erbat sich die Gnade, noch ein letztes Mal zu beten. Sie sprach, Wenn ich eine Schuld auf mich geladen habe, so bitte ich darum, dass mein Blut über das Land sich ergieße, wenn mein Haupt vom Rumpf getrennt. Wenn ich aber keine Schuld habe, so möge mein Blut die Erde nimmer berühren, sondern auffahren zum Himmel und sich auflösen in der Luft. Kein Tröpflein möge die Erde benetzen. Die Frau war bereit. Die Schafrichter erhoben ihr Schwert und schlugen zu. Die Schärfe der Waffe trennte Zushadar das Haupt vom Rumpf, aber ihr Blut wurde vom Winde aufgefangen und von der Luft in den Himmel getragen, wie die Frau es sich in ihrem letzten Gebet gewünscht. Der König in Lampang erschrak, als er von den Schafrichtern hörte, was sie am Ufer des Wang zugetragen. Nun wusste er, dass er befolgen hatte, einen unschuldigen Menschen zu töten. Denn das ist die schwerste Übeltat, die böseste Schlechtigkeit und die schlimmste Sinde, einen Menschen zu töten, der ohne Fehler war. In tiefster Herzensnot und Gewissensqual stürzte der König und nicht lange Zeit verging, da war er tot. Als der Abt erfuhr, dass seines Tempels Wohltäterin die arme Zushada getötet worden war, wurde er schwermütig. Eines Tages war er verschwunden und niemand weiß, ob er gestorben oder wohin er gekommen ist. Der Diamant in dem Buddha aber steht noch heute im Königstempel von Lampang. Lampang